Tja Freunde, wir haben noch ein kleines Highlight heute vorbereitet, programmlich, und zwar wir spielen in zwei Sets, dazwischen ist eine Pause, aber nur damit man die Sets auch abgrenzen kann. Und in dieser Pause haben wir hier drüben was vorbereitet, und zwar diesen herrlichen Stand, den, wie ich vorhin von meinem Freund Alex erfahren habe, ein orangenes Dach hat. Ich hätte gedacht, es ist rot, aber es ist orange, was recht, jetzt sehe ich es auch. Ein orangenes Dach, und darunter befindet sich unser Stand, und an diesem Stand, den ihr dort sehen könnt, ist unser Mitarbeiter, das ist der Benjamin, also wir nennen ihn Benjamin wegen dem Arbeitsamt Leipzig, eigentlich heißt der Igor, und der Igor, der Benjamin, der hat unsere CDs, und die könnt ihr euch in der Pause anschauen, und weil heute Muttertag ist, haben wir uns entschieden, obwohl wir wirklich an jedem einzelnen Exemplar hängen, dass wir heute für einen kleinen Obolus uns vom einen oder anderen Exemplar trennen würden. Das heißt, wenn ihr hier rüber geht und schaut euch das an, dann kann euch der Benjamin auch beraten, das tut er zweisprachig, Hochdeutsch und Sachsen-Anhaltinisch, das heißt, mehrsprachig hier drüben Beratung möglich. Damit das funktioniert, machen wir eine kleine Pause, normalerweise sind wir als Band so kalkuliert, dass wir pro Konzert 2000 CDs verkaufen, ich habe gerade mal überschlagen, das sind ungefähr 15 pro Person, das heißt, so lange machen wir Pause, wenn das durch ist, kommen wir wieder und spielen. So ist der Ablauf, wir machen jetzt gleich eine kleine Pause, aber bevor wir die machen, haben wir noch ein bisschen, komm, wir haben noch ein bisschen Musik, und zwar, wir können nicht von der Bühne gehen zur Pause, wenn wir noch nichts vom King of Rock'n'Roll gespielt haben, oder? Vom King muss man was spielen, die junge Frau hebt sofort den Finger und sagt, genau, du hast dich schon gewundert, oh, so, die Pause ist doch jetzt schon, ich habe den Flatschlag zu teilen abgebaut. Das ist mir noch nie passiert, er hat an mir gehangen, er ist mir gefolgt, ist das überhaupt Meinung? Das ist immer komisch, gerade in so einem Sommer spielt eine Band auf Festivals, da machst du am nächsten Tag einen Koffer auf völlig andere Instrumente. So, jetzt geht der Groove schon mal los. Ich bin wohin.